So, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um ein relativ simples Thema, was bei vielen auch wahrscheinlich wichtig ist in der Werkstatt, und zwar das Thema Ordnung. Ihr seht, meine Werkstatt ist im Moment gar nicht aufgeräumt, aber darum soll es deswegen auch heute gehen. Und zwar habe ich gesehen, dass im Ikea diese Kunststoffkisten, diese durchsichtigen, echt super, super günstig sind. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich jetzt das System bei mir im Lager einführen werde, um halt eben dort die ganzen Teile so ein bisschen auch zuzuordnen. Ich habe auch heute ein bisschen Hilfe, denn Julia ist heute mit da. Die etikettiert mich super, super gerne. Das war übrigens der erste Test mit der neuen Kamera, das heute mal so festzuhalten. Ich glaube, wir machen erstmal Bestandsgang, oder? Wie es hier überall aussieht. Vor oder nachher. Ja. Ich habe nämlich ganz viel Zeug fleißig gekauft, gehortet, und viel Zeug wird heute auch tatsächlich mal weggeworfen. Also machen wir mal einen kleinen Rundgang, oder? Mach das mal. Komm, wir gehen zusammen, und dann kann ich... Ja, komm, dann machen wir zusammen. Zuallererst mal ist jetzt hier ein bisschen Material angekommen. Das liegt halt jetzt in den Füßen, aber weil ich halt hier hinten am Sägewerk gearbeitet habe, war hier kein Platz. Julia, hast du eine Frage, was hier alles für Kram rumliegt? Oder soll man direkt in die Kammer des Schrauens, äh, in die Kammer des Grauens? Die Kammer des Schreckens. Ja, genau. Frag mich doch mal, warum ich manche Sachen habe. Ich glaube, das wäre interessant, oder? Ich frage mich eher, weshalb du manche Sachen an einer Stelle oder an einer Stelle hast. Zum Beispiel hast du hier Pappkartons. Aber ach, da haben wir ganz... Weil ich bin nicht so groß, ich komme nicht mal mit dran. Aber guck mal, was ich da jetzt habe. Ich habe einen geiler Stuhl. Kann man dann da hochladen. Ich habe mir jetzt so überlegt, weil, wie gesagt, wir waren im Mekia und ich habe die Kisten gesehen. Hey Leute, da kostet eine so eine kleine Kiste, ein Euro. Plus 80 Cent Deckel. Plus 80 Cent Deckel, genau, ja. Und deswegen werden wir heute mal ganz viel Kram da reinräumen. Mir wird hier oft vorgehalten, dass ich zu viel Zeug vorhat, ne? Komm, ich zeige mal, guck, ich schubleh. Komm, wir gehen mal da hin, den Gurke. Hier diese Kiste. Das ist so komisches Zeug. Das braucht, okay, das braucht man vielleicht wirklich nicht. Aber zum Beispiel hier so ein Schlüssel. Der sieht halt auch cool aus wie irgendein... Irgendwas. Aber zum Beispiel so ein Zahnrad, ne? Das hätte ich fast gebraucht, wenn ich ein zweites hätte. Da hätte ich das benutzt. Jetzt, ich liebe solche Wuschkiste. Da ist immer so viel tolles Zeug drin. Aber ich werde mich auch dieses Mal von der Schärfmaschine drin, die wird verkauft. Weil ich habe eine zweite gekauft. Das ist so eine geile Antwort. Ich verkaufe die, weil ich noch in die Kiste habe. Mir ist gerade eben eine kleine Idee gekommen. Und zwar ist es ja so, in der ganzen Werkstatt verkeilen sich irgendwann die ganzen Teile. Und das Zuordnen kann man ja dann immer an einem Rutsch machen. Und deswegen habe ich mir einfach hier so eine Kiste genommen und habe die ganzen Werkzeuge, die auf dem Boden gelegen haben, Beilagsscheiben, so alles das, was halt unnötig wäre. Zum Beispiel zwei einzelne Beilagsscheiben. Man muss sie nur nehmen und wegräumen. Aber um einen einzelnen Gang dafür zu machen, ist es halt ein bisschen, ja, ein bisschen auf. Es hält halt auf. Und deswegen sammle ich jetzt erst das ganze Werkzeug, was überall rumliegt, in den Kisten und kann die danach dann einfach in einem Gang überall hinräumen, die Sachen. So, Julia, du kümmerst dich jetzt um die Drehbank. Ich fand, du gut Gas kennst, ne? Vlies sparen, sag ich dann immer. Ich hab den Spälepinsel für dich. Komm, der ist sogar benutzt. Ich werde jetzt mal anfangen, so ein bisschen Kram in die Kleinteilkisten reinzuräumen. Denn ein bisschen was werde ich natürlich, sogar ich mal wegwerfen. Aber manche Sachen will ich einfach noch behalten. Und deswegen holen wir jetzt erstmal die kleinen Kisten. Das ist ein Band, jawohl. So. Bei diesen mittleren Kisten, da hab ich doch nicht so viele gekauft. Deswegen fangen wir erst jetzt mal mit den kleinen Kisten an. Ich hab hier ganz, ganz viele Schrauben. Ich hab oft so Schubladen, wo ich speziellere Schrauben, die ich jetzt so oft benutze. Und wenn ich da mal irgendwas Spezielleres hab, hab ich dort meistens dann die Schrauben. Das funktioniert. Deswegen bekommen die jetzt auch einfach alle eine super rante Kiste. So, dann Müll und Schrott. So ein Feuerlöscher, können wir auch mal ein Brand nehmen. Das hier kennt wahrscheinlich auch viele von euch. Irgendwelche Aufbewahrungskisten. Das hier sind jetzt immer die harten Ecken. Hier ist so wirklich das kleine Zeugs. Und halt das Ding ist halt auch dazwischen, ist da noch immer so ein bisschen Werkzeug mit einem Vierzigmitnehmer. Der Kumio. So, das hört jetzt erstmal aus. Ich verkaufe hier diese Schleifpätze auf Amazon. Da gibt es super viele Leute, die bestellen das, benutzen das und schicken es dann wieder zurück. Und das sammelt sich dann auch öfters mal ziemlich krass an. Also Müll. Ersatzhülsen von der Pfefferkresse, Null. Flaschenöffner Bausätze, kein Null. Stift, Produktprototyp, Schellen, Feuerzeuge, Müll. Jawohl. Ich habe immer, wenn ich Besuch in der Werkstatt bekomme, habe ich immer ein paar Dosen Finish, denn die meisten, die mich besuchen, bekommen dann eine Dose Finish geschenkt. Deswegen stehen hier noch so ein paar Dosen Finish rum. Hier sind auch noch viele Produkte, die hatte ich teilweise bei Amazon eingelagert. Die gingen da nicht, die habe ich zurückbestellt und die liegen jetzt auch schon wieder seit einem Jahr hier. Und deswegen werden die jetzt gezählt und dann kommen die vielleicht bei mich ins Versandhaus und dann könnt ihr die auf meinem Shop bestellen. Ich habe ja schon mit relativ viel Zeug irgendwie gehandelt und das hat mich immer interessiert. Und hier seht ihr eins von meinen ersten Produkten und zwar eine Zitronenbrisse. Die habe ich nicht verkauft, weil die gingen gar nicht. Und dann noch ein anderes Produkt, was ich mega cool fand, Handschuhhalter. Ja, da sind so viele Sachen, die jetzt irgendwie bei mir im Lager schon die ganze Zeit rumleihen und allein die dort teilen, das ist ja nicht so, als wenn die keinen Kohlekosch hätte und es leitet halt einfach nur rum. Geil, oder? Ich liebe so viel Zeug zu machen. Ich liebe das einfach. Wie ist der Zwischenstand hier drüben? Okay, immer noch ausbaufähig. Wie ist das denn, ich sage 400 Stück? Kann sich noch an B-Teil erinnern? Flaschenöffner. Kann man echt gerne erzählen. Ich hatte auch richtig viel von dem LK aus. Und die haben echt gut ausgesehen. Nur da hatte ich den Fehler gemacht, direkt mehr zu bestellen, aber die waren echt richtig billig. Die haben richtig gut ausgesehen, aber es ist halt Plastik am Griff. Zwar Metall, aber trotzdem nicht so gut. Für jetzt der Zwischenstand super viele Kartons, die jetzt in den Müll kommen. Müll, Müll, Müll. Müll, Müll, Müll. Und hier fängt es langsam an, dass es besser aussieht. Das ist jetzt alles hier in den Kisten drin. Irgendwelche Kleinbauteile, Radlager, Gummihandschuhe, Stiftebausätze und so Kram. Ich habe hier auch immer ein bisschen was, damit ich das halt eben testen kann. Und dann kommt das jetzt alles mal hier rein. Distanzhülsen für Sienna, Weinverschluss, Leer und wieder eine Kiste, die in den Müll kann. Hier nochmal ein kleiner Funfact. Ich habe von einer Care-Maschine habe ich hier Besen. Damit könnte man vielleicht eine Bürstmaschine bauen oder keine Ahnung. Das sind auch wieder so Bauteile ein bisschen spezieller. Das sind auch wahrscheinlich gar nicht immer so günstig, wenn man die jetzt extra kaufen würde. Deswegen liegen sie hier in meinem Regal. Gerade wenn man so mega viel altes Zeug hat, gibt es eine Sache, wo man dann doch mal sich trennen sollte. Und das werde ich jetzt auch machen. Hätte ich auch auf jeden Fall nicht benutzt. Es lag jetzt nur die ganze Zeit hier in dem Chaosraum. Und zwar ist das hier so ein Verlängerungskabel. Ich habe alte Maschinen gekauft und da war das dabei. Und lieber kaufe ich dann tatsächlich ein neues Kabel und benutze halt die nicht. Und auch wenn es noch okay wäre, aber man weiß halt nicht, vielleicht haben die Vorbesitzer, vielleicht sind die da irgendwie mit einem Palettenwagen immer drüber gefahren. Hier ist die ganze Umwandlung halt eben kaputt. Und das ist halt echt gefährlich. Und wenn man das über Nacht dann drin lassen würde, und deswegen irgendwas abbrennen würde, das wäre halt echt super ärgerlich. Deswegen schneide ich mir jetzt hier einfach die Stecker raus, schaue, welche Kabel noch gut sind. Und die, die auch nur so einen leichten Anschein machen, dass sie schlecht sind, werden direkt auch zum Schrott gelegt. Gerade, dass ich an so Kabel hatte ich da letztes Jahr sogar eine Griffene gehabt. Da ist die Umwandlung von der einzelnen Adern auseinandergegangen. Da war aber schon einiges dabei. Ja, das ist alles nicht so ohne. Ihr könnt mal in so alte Kabel reinschauen, das ist vielleicht mal ganz interessant. Ein Elektriker hat mir mal eine Maschine angeklemmt und der hat die Isolierung halt eben abgezogen. Und da ist was Witziges passiert. Und zwar hat sich die ganze Isolierung von dem Kabel, die ist nicht gerissen, die konnte der bis ins, fast bis ins Unendliche ziehen. Und die war wie so ein Kaugummi. Dann hatten wir überall gesehen, dass sie schon porös geworden ist. Ich sehe gerade, hier geht es jetzt, aber trotzdem. War ja ärgerlich, von wegen einem alten Kabel die Bude abfackeln. So, ich sehe es gerade. Hier das Kabel auch noch. Da ist irgendwas Heißes drauf gelaufen. Deswegen schaue ich gar nicht lang. Das wird auch klein gemacht. Juri hat gerade noch einen Schatz gefunden. Komm, das kann ich euch auch mal zeigen. Oh, ich hätte jetzt fast das nicht mehr rumgeschmissen. Oh, ich sehe gerade noch was, was ich mal weggehaben könnte. Ja, hier. Malnüsse, wahrscheinlich schon drei Jahre alt. Ich hatte die in meinem Auto und dann ist da immer jemand gekommen. Da waren die schon drei Monate alt und die hatte ich immer mit auf der Baustelle. Da habe ich gesagt, ja, wenn du willst, kannst du aber holen, aber wenn die ein bisschen knusprig sind, die sind schon drei Monate alt. Oh, das ist kein Problem. Die können jetzt so Werkzeug. Ich finde, wo auch die Holzgriffe drin sind. Und ich habe mein Haus entkernt und da habe ich hinter so einem geheimen Räumchen habe ich so medizinisches Besteck gefunden. So, hier, das müsst ihr euch mal angucken. Hier, das ist so eine Zange, die kann man dann zusammendrücken. Hier ist so eine gekröbte Zange. Also eigentlich praktisches Werkzeug, aber wenn man sich so überlegt, okay, man weiß nicht, ob die irgendwie sauber gemacht worden sind und ob die irgendwie so ein bisschen an sich rumgespielt haben damit, nicht so schön, oder? Aber trotzdem toll, oder? Wundervoll. 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 Weck das weg. Ja, ja. Wir haben jetzt einiges mal weggeräumt, mal gehen mal schauen, aber es reicht noch lange nicht. Das ist halt echt nur so ein Tropfen auf der heiße Stein. Aber es sieht so schon mal ganz gut aus, wenn man jetzt überlegt, dass das hier überall so wäre. Vor allem ist es integriert, so dass man dann auch sehen kann, was halt auch drin ist. Ja. Wenn man es auch so sehen kann. Ja, aber trotzdem, wenn man sagt, okay, das Coole ist nämlich, weil der Plan ist nämlich dann so, weil vielleicht bin ich irgendwann nicht mehr ganz allein hier in der Werkstatt, dann kann man sagen, okay, man feuert alles hier immer in so eine Kiste rein und wenn man dann sagt, okay, verräumen das mal im Lager, dann kann man zur Not, wenn man sich halt noch nicht auskennt, sehen, okay, ach, das sind die 16 Ampere Stecker oder hier sind die Spanngurte oder was sagt man hier, mal leere Dosen, Beschläge, Dosen leer, ach, Dosen voll so rum, LEDs, ich denke, das ist ein gutes System, ne. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr einen zweiten Teil haben wollt. Wir haben jetzt mal geschaut, ich kaufe dann echt für viel, viel Geld noch ganz, ganz viele und mehr Kisten, weil die haben ja echt nur da ausgereicht. Deswegen lasst Julian einen lieben Kommentar da, ich muss mal auf den Bildschirm schauen, so geht es sogar noch. Und genau, war mal eine andere Art von Video, aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich glaube, das war nach so ein paar Einblicke mal, was hinten dran noch abgeht. Allein wieder ganze Produkte, die ich mal irgendwie importiert hat und jetzt hier noch so ein bisschen im Lager, die Daseinsfristen. Das soll es ja heute gewesen sein. Hier verlinken wir euch noch zwei weitere Videos und bis zum nächsten Video. Sag mal, Tschüss, oder? Tschüss. Tschüss.